Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit eurem Moderator Marc Rasch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sonnenklar-TV-Reisekompass. Und nachdem wir uns vor zwei Wochen aus Ägypten gemeldet haben mit dem lieben Tobi Zirpel und dort über den exzellenten und außergewöhnlichen Badeort El Guna gesprochen haben, ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann fliegen wir doch einfach mal von Ägypten aus direkt an die türkische Riviera. Und hier nehmen wir auch gerade jetzt diesen Reisekompass auf. Und ich freue mich, dass ich ja die Urlaubsexpertin überhaupt, wenn es nicht nur um die türkische Riviera geht, an meiner Seite habe. Hatice Özdemir. Hallo, lieber Hatice. Schön, dass wir hier unseren Podcast aufnehmen dürfen. Ja, also du kennst doch unsere Gastfreundschaft, lieber Marc Rasch. Lieber Marc. Ja, hallo. Also die Vorfreude war wirklich riesig. Und jetzt, wo ihr da seid, freue ich mich natürlich noch mehr. Und ich muss sagen, die letzten drei Tage waren einfach herrlich mit euch hier. Hat uns auch riesig Spaß gemacht. Man muss jetzt dazu sagen, Sonnenklar TV hat die letzten drei Tage live von der türkischen Riviera gesendet, berichtet. Richtig einige Stunden Live-Sendung jeden Tag. Und das hat riesig Spaß gemacht und macht auch weiterhin Spaß. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir natürlich schon mal vor Ort sind, wenn du vor Ort bist, nutzen wir die Zeit. Und sind hier an einem wunderbaren Strand. Und wo genau? Wir befinden uns heute am Kundulara-Strand, nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt und 20 Minuten von der Altstadt von Antalya. Ach, also ein perfektes Urlaubsdomizil. Aber nicht nur Lara, sondern wir sprechen in den nächsten 30 Minuten natürlich über die unterschiedlichsten Urlaubsorte, über Hotelstandards, über Ausflugstipps, was man machen kann. Sollte man das buchen bei der Reiseleitung oder auch mal mit dem eigenen Pkw? Was sollte man alles bedenken bei Urlaub an der türkischen Riviera oder überhaupt in der Türkei? Weil das Ding ist ja, Millionen Deutsche und nicht nur Deutsche waren natürlich schon hier zu Gast und haben tolle Urlaube verlebt. Aber viele verlassen die Hotels gar nicht. Und da wollen wir natürlich ein bisschen auch mal aus den Hotels rausgehen in den nächsten 30 Minuten und darüber sprechen. Ein sehr guter Plan, würde ich sagen, weil ich bin nämlich immer dafür, rauszugehen, auszugehen, Neues zu entdecken und vielleicht auch mal altbewährt ist, nochmal wieder neu zu entdecken. Sehr, sehr gut. Und altbewährt ist natürlich mittlerweile dieser Reisekompass. Und wir gehen auch neue Wege, denn man kann uns natürlich jetzt nicht nur hören über die verschiedenen Streamingportale, sondern wenn man möchte, kann man uns auch zuschauen. Diesen Podcast gibt es auch als Video auf YouTube zu sehen. Da einfach eingeben, der Punkt Reisekompass. Und dann könnt ihr euch das Video zu diesem Podcast anschauen. Oder natürlich auch einfach mal auf Instagram gehen, auf Facebook immer der Punkt Reisekompass. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders über fünf Sterne und über ganz viele Likes von euch. Übrigens, dann könnt ihr uns auch schwitzen sehen, weil wir haben jetzt heute, muss man einfach mal dazu sagen, es ist der 8. Oktober. Hier nehmen wir diesen Podcast auf. Es sind, glaube ich, gefühlt so 30, 31 Grad. Mehr. Mehr? Ah ja, schön. Deshalb läuft auch das Wasser schon runter. Und wir sind gerade am Anfang des Podcasts. Toll. Da freue ich mich schon. Wie wir am Ende aussehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hatice. Du, wir kommen an am Flughafen Antalya und dann geht es in die einzelnen Urlaubsorte. Was sind so die bekanntesten an der türkischen Riviera? Lara, Belek. Wo wir uns gerade befinden, Lara? Richtig, Lara, Belek, Side, Alanya und Kema. Ich glaube, das sind einfach die bekanntesten Urlaubsorte. Gibt es Unterschiede zwischen den Orten und wo liegen die? Also was kann man sagen, was sollte jemand wissen, der Urlaub in Side macht? Was sollte jemand wissen, der Urlaub in Kema macht? Also Kema ist Richtung Westen. Das heißt, wir befinden uns dann schon ganz nah am Taurusgebirge. Das heißt, das Klima ist ein bisschen anders. Die Landschaft ist komplett anders. Man hat schon ein bisschen so ein Ägäis-Gefühl hier, wenn man Richtung Kema unterwegs ist. Die Berge sind ganz, ganz nah und die Berge, von denen ich spreche, lieber Marc, sind tatsächlich in Kema so 2.000, 2.500 Meter hoch, die man auch besuchen kann. Es gibt verschiedene Seilbahnen und gerade jetzt und ein paar Wochen später, finde ich eine super Idee, kannst du unten im Meer baden und dann mit der Seilbahn hoch ins Schnee. Was? Ja. Gibt es sogar Skipisten? Ja, klar. Ehrlich? Ich habe meine Skier jetzt zu Hause vergessen und meine Skisachen. Kann ich mir leihen? Kannst du ausleihen. Ah ja, dann gehe ich ja nächste Woche doch gleich mal Skifahren. Erst bei 26 Grad, 25 Grad hier ins Mittelmeer springen und dann hoch auf die Piste fahren. Ja, Wahnsinn. Das also so hinten von der Region Kema aus. Richtig. Wir haben letztes Jahr eine Schalte gemacht und da wollte ich unbedingt zeigen, wie vielfältig hier die türkische Riviera ist. Und habe mich bei der ersten Schalte oben auf dem Berg aufgestellt, wo alles ganz weiß war und ich war natürlich dementsprechend angezogen. Und der Jan Kunert ist fast vom Stuhl gefallen, als er mich gesehen hat, weil es war ja eine Überraschung. Und eine Stunde später war ich am Meer in T-Shirt, in kurzen Hosen am Meer. Übrigens, da du ihn gerade ansprichst, den Jan Kunert, wir machen normalerweise ja diesen Reisekompass immer gemeinsam. Aber ich bin jetzt einfach mal alleine zu dir an die türkische Riviera gereist und der gute Jan, der steht im kalten Studio in Deutschland im Sonnenklar-TV-Studio und moderiert da. Übrigens, wenn ihr jemanden mal im Hintergrund schreien hört oder das Wasser platscht, wir sind einfach hier in einem Hotel und da haben natürlich die Gäste super viel Spaß. Aber wir kriegen auch das direkte Leben mit und ich finde, das ist schon etwas Schönes, als wenn man einfach in einem anonymen Podcast-Studio sitzt. Ja, und das ist auch das, was meinen Job ausmacht, mein Lieber, also meinen Arbeitsplatz hier ausmacht. Ich habe mir am Anfang mal Gedanken gemacht, die Moderatoren, wenn die im Studio erzählen, die sind so gut, die sind so professionell. Was ich dann tatsächlich gemerkt habe, wenn du hier vor Ort bist und dieses komplette Gefühl aufnimmst, Serotonin die ganze Zeit, Ausschmuck sozusagen, dann kannst du wirklich noch viel mehr und viel besser über Urlaub sprechen. Glaub ich dir, sofort. Ich habe das Gefühl, vor allem, weil gerade mein Wasser schon runterläuft, im ersten Drittel dieses Podcasts schon. Aber da müssen wir jetzt durch. Es gibt schlechtere Orte, um den aufzunehmen. Alleine schon, dass ich das Meer im Hintergrund so sehe, den Strand, die tollen Hotels. Jetzt sind wir in Kema gewesen. Du hast es schon gesagt, landschaftlich ganz anders als der Rest der Riviera. Und dann kommt der Hauptort Antalya, wo sich auch der Flughafen befindet. Und dann kommt Lara, wo wir uns hier gerade befinden. Was zeichnet Lara aus? Die Hotels vor allen Dingen hier. Also wir haben hier wirklich gigantische Hotels. Wir haben sehr neue Hotels. Hotels der Superlative, kann ich schon sagen. Wir haben sehr große Hotels. Lara ist einfach bekannt dafür. Viele, viele Themenhotels. Ja, und die Gäste fühlen sich hier einfach wohl, weil es liegt eben wirklich nahe bei Antalya. Und Antalya ist ja sehenswert. Also wir haben nicht nur historische Sehenswürdigkeiten. Wir haben auch tolle Ausdrucksziele, was die Natur angeht. Und Antalya hat eben eine Infrastruktur. Ich meine zweieinhalb Millionen Einwohner, das ist schon eine Nummer. Und du kannst halt hier viel unternehmen. Das kann man alles von Antalya Lara, wo wir uns gerade befinden, natürlich am besten machen. Und wie lange fahre ich oder wie weit brauche ich mit zum Beispiel einem Linienbus, der ja hier im 10-20-Minuten-Takt nach Antalya fährt? Wie lange fahre ich da ungefähr? Zwischen 20 und 30 Minuten. Und dann bin ich direkt in der Altstadt von Antalya. Und da schlendere ich dann am besten einfach durch die Gassen, laufe zum Hafen runter. Oder was ist so da dein Tipp, wenn ich als Urlauber mal aus dem Hotel rausgehe und Antalya die Altstadt erkunde? Weißt du, was ich da einmal für einen ganz besonderen Tipp habe? Hast du schon mal bei uns diese Nostalgie-Tram gesehen? Das ist ja so eine alte Nürnberger Tram. Das ist tatsächlich ein Geschenk von Nürnberg. Das ist die Original-Tram. Aus Nürnberg? Ja. Krass. Ja, und die fährt tatsächlich einmal komplett, also um die Altstadt herum. Und du siehst praktisch auf dieser Fahrt alles, was du dir anschauen möchtest. Und das Tolle ist, du kannst überall aussteigen, du kannst dann die Zeit dort verbringen. Du kannst dir was anschauen, du kannst einkaufen, du kannst runter zum Hafen gehen. Du kannst aber auch natürlich wieder einsteigen und weiterfahren Richtung Konja Alte. Das ist ja genau das, auf der anderen Seite von hier von Lara. Und dort haben wir zum Beispiel ein wunderbares Museum mit ganz, ganz tollen Exponaten. Und auch das kannst du genießen. Und all das kannst du auf dieser Tram ausmachen, also deine Ausdrucksziele praktisch. Das ist ja ein super Tipp. Warum haben wir denn darüber noch nie gesprochen? Sag mal, du berichtest täglich hier live auf Sonnenklar TV als Expertin und wenn ich mit dir geredet habe, noch nie über diese Nostalgie-Tram gesprochen. Wir haben über andere Dinge gesprochen. Du erzählst mir immer nur von Alkohol. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt wohl. Also, das ist ja wirklich unglaublich, unerhört würde ich sagen. So geht das nicht. Okay, dann reisen wir mal weiter. Von Lara ist der nächste Ort, du hast es gerade gesagt, Belek. Ja. Was zeichnet Belek aus? Ganz klar Golf. Golf, okay. Also ich glaube, jeder, der Belek schon mal gehört hat, bringt es direkt mit Golf in Verbindung, mit hervorragendem Golf. Wir haben Spitzenplätze, hier wurden schon Weltturniere abgehalten und natürlich auch wirklich klasse Hotels, muss ich sagen. Wenn ich ein paar nennen darf. Ja, natürlich darfst du. Das Max Royale zum Beispiel. Okay, da hast du auch gleich mal das Teuerste, glaube ich, genannt, oder? Ja, eins der Besten, natürlich. Dann haben wir das Regnum vor Ort. Wir haben das Rixos hier. Also, ja, das sind schon, das zeichnet Belek aus. Hochwertig, klasse, ja, mit Stil halt eben. Mit Stil. Und ich hoffe, dass es stilvoll weitergeht, aber wahrscheinlich ein bisschen auf eine andere Art und Weise dann im nächsten Badeort. Das ist Siede. Ja, also Siede ist ja unglaublich beliebt auch bei unseren deutschen Stammgästen. Wir haben ganz, ganz viele Auswanderer vor Ort. Siede ist so eine kleine Kommune, wo ich immer sage, das ist so ein bisschen komprimiert Türkei, weil du hast eben alles. Du hast diese Gemeinschaft, du hast einen Hafen, du hast das Meer, du hast Essen und Trinken, du hast Ausgehmöglichkeiten, historisch ist das Taurusgebirge direkt hinter Siede. Also alles, was so die Türkei bietet, ist in Siede komprimiert. Und genau das gefällt unseren Gästen, weil unsere Gäste, wenn sie immer vor Ort sind, so einen Wiedererkennungswert haben. Und ich meine, wem gefällt das nicht? Na klar. Also du hast schon gerade gesagt, auch historisch. Man geht einerseits shoppen in Siede in der Altstadt, man geht zum Hafen, aber man hat auch da direkt was zu besichtigen. Richtig. Also gerade Siede ist ja, das habe ich ganz oft schon gesagt, das habe ich auch dir schon gesagt, wenn du in Siede dich bewegst, läufst du eigentlich im Prinzip die ganze Zeit auf 3500 Jahre alter Geschichte. Wahnsinn. Und das ist der Wahnsinn. Und da lebt man, da verbringt man seinen Urlaub, da geht man aus. Und das Tolle ist, wenn du, das ist relativ neu, wenn du in Siede durchläufst, gibt es verschiedene Straßenzüge und auch Geschäfte, da wurden die Böden freigelegt und da wurde ein Glasboden reingelegt. Das heißt, wenn du da reinkommst, siehst du die Geschichte direkt unter dir. Ach, das ist ja cool. Ja. Und da gibt es dann links und rechts von der Altstadt von Siede gibt es dann praktisch die Hotelzonen, so nenne ich sie dann einfach mal, wo sich die Strände befinden, wo man dann einen tollen Urlaub verbringen kann. Macht das einen Unterschied, ob ich auf der einen Seite bin oder auf der anderen Seite oder ist es total egal, von der Art der Hotels oder von der Landschaft her? Also im Prinzip sind die Hotels ziemlich ähnlich. Also okay, sie unterscheiden sich durch die Größe, in Sternen und so weiter, ist klar. Aber du bist auf beiden Seiten nah am Strand. Du kannst lange Strandspaziergänge machen. Das ist etwas, was unseren Gästen in Siede sehr, sehr gut gefällt. Wir haben einen feinen, langen, schönen, flach abweilten Sandstrand. Und auch gerade für Familien mit Kindern ist das natürlich eine ganz feine Sache. Ja, die Kinder haben wir gerade gehört. Der eine wollte ins Wasser springen, der andere wollte nicht ins Wasser springen. Und da gibt das schon mal Gezanke hier. Also wer sich gerade wundert, was denn bei uns hier los ist, ja. Wir befinden uns auf einem Steg, auf einem Hotelsteg und da springen natürlich die Kinder gerne ins Wasser. Soll ich mal kurz was sagen? Aber das gehört zum Urlaub dazu. Einfach so ist es ja auch. So, dann von Siede aus der nächste Ort, den du vorhin genannt hast, in der Reihe ist dann Alanya. Genau. Also wir haben ja, also Siede ist ja so, dass es verschiedene Bezirke hat. Also es zieht sich bis nach Kisselort. Das ist der letzte Ort, wo dann praktisch Alanya beginnt. Ich mache das immer so aus, dass ich sage, so jetzt verändert sich die Farbe des Meeres. Das ist tatsächlich so. Das Meer leuchtet einfach in so vielen verschiedenen Farbnuancen, dass du sagst, was ist denn jetzt los? Aber das ist eben halt die Natur. Und dann kommt Alanya mit einem riesengroßen, tollen Hafen, mit einer fantastischen Hafenpromenade, mit einer sehr schönen Infrastruktur auch, nicht so ganz so groß wie Antalya, aber doch wichtig ist einfach auch für unsere Gäste, wenn sie Urlaub in Alanya verbringen, dass auch im Winter alles auf ist, das heißt, dass sie auch im Winter in die Geschäfte gehen können und Sehenswürdigkeiten besichtigen können. Und Alanya macht auch ganz viel für die Menschen, die dort ausgewandert sind, die zum Beispiel Weihnachtsmärkte organisieren oder Ostern organisieren. Und das ist so das Stadtbild von Alanya und das finde ich prima. Und jetzt höre ich so ein bisschen raus, Antalya Lara, wo wir uns hier befinden und zum Beispiel Belek sind eher, ich nenne es mal künstlichere Orte, die keine richtig echte Altstadt haben. Dagegen Antalya oder Siede und auch Alanya sind dann so eher die gewachsenen Städte, die ursprünglich gewachsenen, oder? Richtig, ja genau. Also auf jeden Fall ist Belek eine Urbanisation, kann man auf jeden Fall sagen. Kehmer auch, Kehmer hatte ursprünglich einen ganz anderen Stadtkern. Ja und das andere ist alt, also es gibt es schon seit ganz langem. Ja, 3500 Jahre zum Beispiel Siede, ja? Ganz genau. Was du gerade gesagt hast. Ja, richtig. Aber es gibt noch sehr viel mehr Altes, was man besichtigen kann. Zum Beispiel, da warst du auch schon, da war auch schon Thomas Gottschalk und viele Konzerte, die dort stattgefunden haben, Aspendos. Ja, also Aspendos ist einfach nicht nur für Einheimische, auch für Gäste schon immer ein Riesenbegriff gewesen. Und zwar verbindet man mit Aspendos Konzerte, Events, Operetten und das in diesen alten Gemäuern oder Steinen zu erleben, ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes, weil diese Atmosphäre hast du sonst nirgends. Gibt es außer Aspendos sonst noch so Tipps, wo du sagst, da sollte man mal, wenn man, egal ob jetzt in den Wintermonaten vielleicht oder in den Sommermonaten, wenn man mal sagt, okay, gerne auch mal einen Tag aus dem Hotel raus, so schön das auch ist mit dem ganzen, mit dem Meer und mit allem, was man dort machen kann, aber sich ein bisschen was anschauen. Ja, also meinst du jetzt historisches oder meinst du allgemein? Was sind so deine Tipps, wo du sagen würdest, sowohl historisch als aber auch freizeitmäßig, was man... Also neben Aspendos, finde ich ja, gibt es ja noch Perger. Perger geht so ein bisschen unter, weil eben Aspendos immer so dominant ist. Aber wer schon mal ein Perger gewesen ist, weiß, es gibt unglaublich viel zu sehen. Auch das hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Außerdem, was ich noch machen würde, ich würde immer, wenn ich hier bin, egal zu welcher Jahreszeit, ich würde ins Taurusgebirge reinfahren. Ob ich das mit dem Jeep mache, ob ich das mit dem Quad mache, ob ich mit dem Boot rumschippere. Es ist unglaublich vielseitig. Es ist grün. Es ist ein anderes Grün wie in Deutschland. Und da hat mich vor kurzem unser Kollege draufgebracht, wenn du irgendwo hinfährst, wenn du ins Taurusgebirge fährst, musst du dir vorstellen, dass du links und rechts immer diese Stände hast, wo sie Gössämmer anbieten, wo sie den Mais köcheln. Und dieses, das Sehen und Aufnehmen, Riechen, der Duft, das manifestiert sich hier oben. Und dann hast du ganz tolle Erinnerungen. Also tolle Erinnerungen, du, habe ich sowieso immer an das Essen hier. Und dann lass uns echt mal aus den Hotels rausgehen. Ja. Weil klar ist es lecker im Hotel. Und es gibt auch türkische Abende und es gibt immer die türkische Küche neben den ganzen internationalen Spezialitäten. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn man mal aus dem Hotel rausgeht. Und auch mal bitte die Dönerbuden in Deutschland kurz vergessen. Ja, muss man doch einfach mal sagen. Das verbinden halt viele einfach immer so damit. Echt? Immer noch? Ja, ich glaube schon. Ist doch auch lecker. Ist doch auch okay. Ja, ich liebe den Dönerbuden. Ja, ich auch. Aber es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Also wir haben ja, also du kannst davon ausgehen, dass du dir kulinarisch die Türkei dir so vorstellen musst, ein bunter Mosaik-Teppisch. So ist das eben. Ihr fragt mich ganz oft, was ist denn jetzt traditionell berühmt für Antalya oder für was weiß ich da, wo ich herkomme. Das ist richtig schwer, weil alle praktisch alles können, aber je nach Region ist jeder ein bisschen abwandelt. Und das schmeckt man einfach. Und das ist das Tolle an der türkischen Küche. Und du weißt, dass hier alles frisch ist, dass hier alles hochwertig ist. Es wächst hier alles in der Umgebung. Das ist ja auch das Fantastische. Also merkt man schon, wenn man hier hinfliegt im Landeanflug auf Antalya, überfliegt man ganz viele Gewächshäuser, Felder, wo dann das Gemüse, das Obst und was auch immer alles dort angebaut wird. Ja, und der Fisch kommt direkt hier aus dem Meer. Unter uns, unter unserem Steg, da kommt der Fisch her. Ja, ganz genau. Und was auch ganz wichtig ist, deshalb schmeckt das Fleisch hier auch so gut. Wir haben diese klassische Massentierhaltung, die es sonst woanders gibt. Die gibt es hier in der Türkei nicht. Das heißt, die Tiere sind in offenen Stellen und die Schafe und die Lämmer, das finde ich auch ganz wichtig, die sind draußen, die kannst du nicht irgendwo einsperren und füttern. Und deshalb schmeckt das alles. Du schmeckst eben halt diese ganzen Kräuter raus und whatever, was die alles finden. Aber das ist das, was das Essen ausmacht. Die werden einiges finden. Super. Und du, wie ist es denn, wenn ich jetzt, wir haben über das Essen gesprochen, wir haben auch gerade schon über Ausflüge gesprochen. Die kann ich natürlich, wenn ich einen ganz normalen Pauschalurlaub buche, kann ich die bei dem jeweiligen Reiseleiter dann natürlich auch buchen. Da werden die verschiedensten Touren angeboten. Was ist denn sowas wie mit Blaue Reise? Ja, ich gucke hier gerade aufs Meer, da sind natürlich auch immer so Boote unterwegs. Ist sowas zum Beispiel auch empfehlenswert? Ja, vor zwei Wochen waren Kollegen aus der Zentrale da, zwei Jungs in einem Hotel von uns. Und die haben mich das Gleiche gefragt. Und dann habe ich gesagt, komm, mach mal eine Bootstour mit. Und dann haben die mir ganz lustige Bilder zukommen lassen. Also auf jeden Fall ist Spaß garantiert. Du bist ja so ungefähr fünf bis sechs Stunden auf dem Meer. Du isst, du trinkst, du feierst, du gehst baden. Natürlich kann man das machen. Und natürlich empfehle ich das immer wieder, weil ich weiß, dass die Leute Spaß daran haben. Sehr gut. Und wenn ich zum Beispiel mal was auf eigene Faust machen möchte. Ich weiß, ein Kollege von uns, der Scholt, ein Kameramann bei Sonnenklar TV, der war Anfang August mit seiner Familie dort. Beziehungsweise hier in Cedar hat der Urlaub gemacht in einem Hotel. Richtig. Und der hat sich dann ein Auto gemietet. Genau. Jetzt muss ich sagen, ich war schon, ich weiß nicht, 40, 50 Mal an der türkischen Riviera. Ich habe mir noch nie ein Auto gemietet. Weil vor manchen Ländern, wo ich die Verkehrsregeln nicht gut kenne, wo ich die Schilder vielleicht gar nicht lesen kann, da habe ich durchaus den einen oder anderen Respekt. Kannst du mir da jetzt die Angst einfach mal nehmen? Mir kleiner Schisser. Also ich, genau, genau das wollte ich nämlich sagen. Weil der Scholt hat sich natürlich auch mit mir darüber unterhalten. Und ich habe ihm diese, also Angst will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe ihm da so ein bisschen etwas rausgenommen, ihn bestärkt und ermutigt. Und er hat gesagt, du, die Regeln sind die gleichen. Halt dich bitte daran, auch wenn die anderen sich nicht so sehr dran haben. Also keiner hält sich daran, außer die, die herkommen und sich ein Auto mieten. Nein, du kommst wirklich wunderbar. Wir haben ein super Straßennetz hier, also ausgebautes Straßennetz hier. Du kommst wunderbar von A nach B. Gerade wenn du die verschiedenen Urlaubsgebiete besuchen möchtest, bist du auf einer Schnellstraße, ist quasi wie eine Autobahn. Das ist die D400, ist gleich hier um die Ecke. Oder da fährst du einfach. Also das ist wirklich angenehm heutzutage. Und du kannst dir ein Auto mieten und du musst dir keine Sorgen machen. Gehe ich dann am besten zu den europaweit oder weltweit bekannten Autovermietungen? Also gehe ich zu Europcar und wie sie alle heißen. Ich will gar keine Werbung machen für irgendwelche. Aber es ist ja durchaus manchmal bekannt aus vielen Ländern, dass manche nicht so vertrauenswürdig sind. Wenn ich vielleicht zu so einem kleineren gehe, keine Ahnung, vielleicht kann ich das nicht lesen oder verstehen mit der Versicherungsdeckung. Nicht, dass ich da hinterher auf die Nase falle. Was empfiehlst du da? Also ich würde es, um es ganz einfach zu machen, aus Deutschland schon. Also wenn ich weiß, ich möchte einen Mietwagen aus Deutschland schon mieten, das am Flughafen abholen oder ins Hotel bringen lassen. Das ist natürlich immer auch was die Sicherheit angeht, super. Und da, na klar, da würde ich auch Six, Europcar oder was es da alles gibt, wahrscheinlich auch mich selbst an die wenden. Was du natürlich auch machen kannst, wir haben hier Reiseleiter von Meeting Point hier vor Ort im Hotel. Die vermieten auch Autos. Wenn du das hier aus dem Urlaub machen möchtest, würde ich natürlich als nächsten Ansprechpartner zum Reiseleiter gehen. Okay, das ist gut zu wissen. Wie teuer ist denn hier so ein Liter Benzin eigentlich? Ungefähr. Momentan 5,8, also türkische Lira, 5,86, je nachdem was du tankst. Okay, also das durch 10, also 70, 60 Cent. Ja, genau. Der Liter. Ja. Ja, da kann man ja weite Strecken mitfahren. Auf jeden Fall, nimm dir einen Diesel. Noch günstiger. Ja. Okay, dann nehmen wir uns einen Diesel. Übrigens, wir haben hier so einen leckeren Kaipirinha. Ja, ich würde gerne mal kurz mit dir anstoßen, ja, bevor, weil ich verliere sowieso meine ganze Flüssigkeit im Moment. Das ist wichtig, Proteine, Vitamine, Mineralien. Du, da ist Minze drin, Zitrone. Alles, was wichtig ist. Das ist einfach gut. Zucker braucht man ja auch so ein bisschen. Vom Alkohol wollen wir nicht reden, aber das Eis gibt ja Flüssigkeit wieder. Die ganzen Hotels bieten alle so tolle Hammam-Center an, Wellness-Center, Spa-Center. Also selbst Vier-Sterne-Hotels haben sowas. So, jetzt habe ich aber von vielen auch gehört, die gehen sehr gerne auch aus dem Hotel raus, weil eigentlich in jedem größeren Ort, Touristenort, Urlaubsort gibt es auch sozusagen externe Anbieter oder Wellness-Center, Hammams, wo man dann reingehen kann. Kann ich einfach ohne Termin reingehen? Wie funktioniert das? Laufe ich da mal hin? Muss ich mich vorher über irgendwas informieren? Also es gibt ja verschiedene Hammams hier zum Beispiel. Ich spreche jetzt mal von Antalya. Wir haben ja viele verschiedene Hammams hier. Manche sind in so modernen Gebäuden drin, manche in wirklich noch alten Hammams drin. Im Prinzip brauchst du keinen Termin. Du wirst einfach immer bedient. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, was soll ich dir da? Du geh einfach hin. Und es ist wahrscheinlich sehr viel günstiger, als wenn ich es im Hotel mache, oder? Ja, weil da gehen ja auch Einheimische hin und so. Und das soll halt dann auch wieder, jeder soll sich das leisten können. Das soll ja auch passen. Und ja, ein bisschen günstiger ist es schon, ja. Und ich würde gerne noch mit dir über das Einkaufen reden. Jetzt haben wir natürlich, ich gehe hier aus dem Hotel raus und da habe ich natürlich 15 Geschäfte in die eine und andere Richtung, die die ganzen gefälschten Sachen verkaufen. Aber wer das haben will, okay, da will ich gar nicht reinreden. Und es gibt aber natürlich auch ganz viele Geschäfte, die gar nicht sich auf diese gefälschten Sachen spezialisiert haben, sondern einfach auch auf hochwertige Kleidung. Weil sowieso die Türkei ein Hersteller ist für Hemden, für irgendwelche Hersteller, für Anzüge, für Jeans. Ja, alles, alles. Es wird unheimlich viel produziert und nicht importiert. Wie heißt das andere? Exportiert. Echt, danke. Exportiert. Du bist doch ein Exportschlager, bist du, meine Liebe. Und dann gehst du einfach aus dem Hotel raus. Wir haben hier ganz viele Malls, die auch das, was du hier in Fake findest, das gibt es auch dort im Original. Da zahlst du natürlich auch den richtigen Preis dafür. Ist aber immer noch günstiger wie in Deutschland. Und natürlich hast du noch ganz viele andere Geschäfte, Kettenläden, auch einzelne Läden, die halt nicht zu einer Kette gehören. Und da kannst du momentan, wenn du dir mal den Kurs anschaust, da brauchst du keinen Pfennig oder Cent umzudrehen. Da gehst du einfach hin und kaufst ein und da hast du viele Tüten gefüllt. Absolut. So, bitte zu Hause drauf aufpassen, weil natürlich bei Flügen aus der Türkei und aus Amerika und aus diesen ganzen Shopping-Paradiesen wird auch gerne mal vom Zoll kontrolliert. Bitte über die Freimengen, die Zollfreimengen vorher informieren. Da wollen wir keine... Gibt es eigentlich was, wo du sagst, nein, das nicht. Also mir fällt zum Beispiel auf, hier, wenn ich aus dem Hotel rausgehe in Antalya Lara, da gibt es eine Delfin-Show. Da wird mir natürlich in jedem Land, wird mir da immer anders. Das finde ich immer ganz schlimm, das mag ich nicht so gerne. Aber egal, wo das ist, ich sage immer, nichts mit Tieren. Ich finde immer alles, was Ausflüge mit Tieren sind, außer vielleicht Kamele oder sowas, finde ich immer ganz schlimm. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ach nee, Leute, da lasst mal lieber die Finger davon, dafür macht lieber was anderes Tolles. Ich überlege gerade, mir fällt momentan wirklich nicht... Also mit Tieren würde ich auch nichts machen, das mit der Delfin-Show, das ist was anderes, da kenne ich mich mit aus und wollte eigentlich dir was dazu sagen. Nee, da kriegst du mich nicht überzeugt. Immer wenn ein Delfin in Gefangenschaft lebt, da bin ich da ein nicht so großer Fan von. Genau, deshalb was anderes, ja genau, aber es gab ja früher Kutschen hier, erinnerst du dich? Mit den Pferden. Das wurde jetzt aber abgeschafft, das ist schon mindestens zwei bis drei Jahre her, das ist wirklich, da muss ich sagen, hat die Türkei echt sehr gut reagiert. Und ansonsten, ja Kamele, Kamele sind es ja normalerweise gewohnt, bei den heißen Temperaturen gut durchzuhalten, aber ganz ehrlich, es gibt so viel hier zu erleben und zu tun. Man muss nicht die Tiere irgendwie mit einbeziehen, einfach weglassen. Einfach weglassen, einfach die Sonne genießen, das tolle Wetter, auch in den Wintermonaten, also die Türkei ist ein ganz Jahresreiseziel, klar liegt der Fokus ist ein anderer. Du sagst ja immer, man kann auch im Winter schwimmen gehen, das würde ich nie im Leben machen, bei 18 oder 20 Grad Wassertemperatur, aber der ein oder andere mag es ja. Ja, also wir haben spezielle Gäste, die tatsächlich hier überwintern, die sind dann ein bis zwei Monate, manchmal sogar drei Monate hier vor Ort. Und das habe ich ja in unseren Schalten auch schon ganz oft erwähnt, das ist so ein ganz spezieller Typ Mensch, der sagt, was soll ich im Winter in Deutschland? Ich bin schon, na, vielleicht ein bisschen älter, so 55, 60, ich bin entweder alleine oder habe einen Partner, sitze da in meiner Wohnung und schaue raus aufs Triste, da fliege ich doch lieber in die Türkei. Hab da meine Freunde gefunden, meine Urlaubsfreunde. Wir können in der Sonne Dinge unternehmen, wir können all das machen, wovon wir schon die ganze Zeit reden, bei etwas angenehmeren Temperaturen, bei nicht so hoher Luftfeuchtigkeit. Das machen ganz, ganz viele hier. Ah, was ein schönes Schlusswort. Hatice, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war toll. Und wenn ihr die liebe Hatice nicht nur sehen, nicht nur hören, sondern auch sehen möchtet, dann geht das natürlich nicht nur im Programm von Sonnenklar TV, sondern auch diesen Podcast könnt ihr anschauen unter der Punkt Reisekompass. Das einfach mal auf YouTube schauen und dann könnt ihr euch diesen Podcast auch anschauen. Ansonsten alles auch immer begleitet auf Instagram und auf Facebook. Auch hier der Name der Punkt Reisekompass. Alle zwei Wochen, immer am ersten und am dritten Montag des Monats gibt es eine neue Ausgabe. Und ja, ich freue mich natürlich und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und dann hören wir uns gerne in zwei Wochen, beziehungsweise am nächsten ersten Montag des Monats wieder. Vielen Dank Hatice und ja, einfach eine tolle Zeit dir hier noch weiterhin an Antalya mit deiner Familie. Ich danke dir und ich bin wirklich glücklich und froh, dass du heute da bist mit unserem Team und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das werden wir. Ich werde ja jetzt eh noch ein paar Tage Urlaub machen. Also, bitte, so. Von daher sage ich einfach Tschüss. Bis zum nächsten Mal.